moin aus berlin und herzlich willkommen auf meinem kanal für 1 8 9 poli ds 2 ja wir sind hier immer noch mit unserem niegelnagelneuen mal unterwegs schnell einsteigen und fahren wir uns platt okay so jetzt hinzu wir machen hier unsere italien entdeckertur ich habe den das gesamte ds 2 noch mal neu installiert ich habe auch die afiken und noch mal neu installiert im moment sieht das mit den wolken auch eigentlich ganz gut aus mal gucken ob es so bleibt und jetzt sind wir wieder unterwegs mit dem mal da bist du ja auch 1 34 das ist heute für eine brieffahrt worden geschlagen ist so blau ja wie gesagt wir wollen ja italien entdeckend 1 739 mit dem motzeil draufgekommen damit wir noch mal alle städte durchkommen das werden wir jetzt mal so nach und nach haben oder bei eine frache um nacken haben oder nicht das spielt dann ja erstmal keine rolle das ist jetzt auch nicht unbedingt so dass wir das jetzt nacken haben wir noch nicht ja mods funktionieren soweit alle noch ganz gut das ist jetzt nicht so man sagen würde warum muss ich rausnehmen außer ich weiß nicht warum das so ist die grafikeinstellungen sind alle auf hochrück und passt da nicht die grafikeinstellungen auf höchstem maße nach oben gedreht jetzt ist es das ist wenn du mal schnell auf fährst mit deinem vollen und jetzt abbiegen und noch parken das ist unverkehrt dann sehen wir uns an der nächsten kreuzung wieder mal wenn man ansonsten sind die grafiken schön aber die voll gut die armen das macht mir schon gedanken aber mehr als wie gesagt kann ich es nicht so ein bisschen verwaschen so ein bisschen so ein bisschen ich habe noch nicht schon durch aber mir fällt bestimmt dieser reinblatt so ein bisschen so ein bisschen Wir fahren nach Tarn. Okay. Aber ja, Fernsehbuch, das muss ich sagen. Ordentlich mehr ist unter der Haube. Er hat uns nicht geblitzt. Ich bin krank. Das kann nicht sein. Das stimmt fast nicht. Wir werden uns geblitzt. Es sei denn, SCS hat es mit der neuen Person nicht aufgeschaut, dass die zum Gegenverkehr ausblitzt. Die Hinterheim sind okay. Die am Straßenbahn stehen mit ihrem Blitzapparat. Auch okay. Wir wollen nicht aus dem Gegenverkehr ausblitzen. Wir wollen auch keine Zeit ziehen. Das ist gut. Gut, dass wir keine Zeit haben. In den Kommentaren haben wir gefragt, warum ich keine Sonnenblicken finde. Das fand ich irgendwie hässlich. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Außerdem kann man so erst viel weiter. Ich bitte ein wenig zu geben. Das ist die Scheibe. So, wenn meine Zugsserbung. Das war schlafen. Wieso, wir fahren noch weiter? Und den nächsten Ort noch erreicht. Ja, ist klar, ist auch hinter uns wach. Ja, wie gesagt, soweit die Grafik spitzenmäßig und auch grundsätzlich sie geil aus. Aber was da mit dem Himmel passiert, ich habe ein bisschen. Du kannst es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Genau, aber woanders hingeben, kommt es kaum. Kannst du mir erzählen, warum du hier jetzt gebremst hast? Das ist dir selber nicht klar, oder? Also wenn irgendjemand eine Lösung kennt, was das da mit den Wolken auf sich hat, gerne mal in die Kommentare. Weil das sieht so ein bisschen unschön, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so, ja, als wenn die Textur nicht die richtige Auflösung hat. Das heißt, auf dem 4K-Monitor macht man eine HD-Ready-Textur drauf. So, irgendwo fährt sich das aus und aus dem Second Life, wo man jetzt Texturen hat mit einer relativ geringen Auflösung. Und die werden sehr, sehr weit auseinandergezogen, dass ich das dann ausprobieren spiele. Interessanterweise ändert sich das auch. Das heißt, es sind nicht alle Texturen, es sind einzelne. Bei dieser jetzt wiederum wird es wieder etwas besser. Aber wie es aussieht, hat man die ganzen Dinger rausgegeben. Dass ich das jetzt natürlich so prickelt finde. Es gibt auch Leute, die gerne nostalgisch mit den alten Geräten gehen, also mit dem neuen Kreisel, ja. Die Farbe, ich finde die schön. Hier sind wir gefahren, das heißt, wir fahren hier mal einmal über das Tankschwellenbereich. Jetzt mit Speed hier durch. Vielleicht kommt der Tankwand rausgekaut und so richtig was. Vielleicht kommt der Tankwand rausgekaut und so richtig was. Das ist die Fresse. Moment. Das sind 70 Stundenkilometer durch die Tankstelle. Ja. Ist das schön. Der klang doch gut. Ja. So, wir fahren jetzt hier raus. Da habe ich den Bari. Da habe ich den Bari. Und jetzt bin ich hier geguckt. Das hätte auch ins Auge gehen können. Okay. So und Telepass haben wir auch. Das heißt, wir bleiben einfach nicht auf der Telepass-Spur. Das ist relativ wenig Verkehr, muss ich sagen. Das ist schön. So. Da vorne haben wir schon unseren ersten Haltepunkt erreicht. Das heißt, wir müssen insgesamt 23 Städte hier ergründen. Also 10 Sitze. Das ist genau die Strecke, die wir uns jetzt hier ausgemacht haben. Das ist das, was wir hier vorhaben, was wir durchführen müssen. Weil wir hier gerade eine Garage haben, die wir eventuell kaufen können. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt da oben, ja. Dann könnten wir da nämlich auch direkt pennen. Dafür würden wir hier unten hin müssen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich in die falsche Richtung unterwegs. Das macht aber nichts. Wenn wir wieder zurückkommen. Das machen wir in dieser Folge noch. Wir drehen ja da hinten, fahren hier wieder zurück. Und dann fahren wir hier an der Garage vorbei. Und hier irgendwie wieder drauf. Mal gucken. Das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Da werden wir jetzt in der Garage. Haben wir mal grün. Du auch. Sehr schön. So. Du bist durch ganz geschmeidig, ne? Irgendwann die nächste Spannung kommt dann auch, wenn ich ein neues Lenkrad kenne. Nein. Ich versuche meine Pläne, aber in einem Jahr will ich noch das Wettbewerb haben. Die kommen ja nicht dazu. Ich muss mal links mit stehen. So, wenn wir jetzt zurückfahren brauchen wir natürlich ein besonderes Aufmerk. Jetzt kommt die Garage, was wir kaufen können. Jetzt federt aber nicht schlecht. Jetzt wechselt man das vorsichtshalber auf Rieseschule. So, hier fahren wir geradeaus noch weiter. Dann müssten wir uns aber irgendwie rechts halten. Ja, ein bisschen Augen drauf haben jetzt. Mann, du komm doch in die Pötte! Alter Schwede! Jetzt kurz vor der Ampel gibt er Gas. Und dann muss er wieder bremsen. Der hat's doch nicht mehr alle. Meine Fresse, ne, was sitzt da für einer drin? Junge, Junge, Junge! So, hier fahren wir gerade so weiter. Hier müssen wir jetzt noch mal gucken. Ja, wir müssen jetzt irgendwie, genau, geradeaus weiter und hier dann links raus irgendwie. Die war, oder? Wie machen wir das? Ne, wir fahren hier rüber noch. Ne, hier raus. Ist schon richtig. Da links, rechts, links und irgendwie halt. Wir werden uns verfahren. Wir werden uns verfahren. Wo ist mir wahren? Und die ganze Zeit? Da rüber. Ja, da ist mir gut. Ja, da rüber. Und dann links aus. Und dann mit dem Kreisel und die Kreisel dann rechts. Das ist ja gut für die Idee, genauso machen wir es. Da können wir dann nämlich auch erst mal noch schlafen. So, wir müssen jetzt den Kreisel hinzulösen. Die hat er geschnappt. So, hier rein. Und dieser Seite ist auch wasch. Wo ich den nachvollständig bin? Ja, definitiv. Nichts muss er jetzt irgendwo. So. Den drehen wir mal. Den müsste hoffentlich ausreichen, der Platz. Warte. Kann man hier reinkommen. Hier ist ein Hotel. Und der nachvollständig ist. Freigeschrauben. Das ist wirklich schön. Südölö. Das ist ein Hotel. Jetzt ist es ein Hotel. Das ist ein Hotel. Und das ist ein Hotel. Das ist ein Hotel. Okay, dann fahren wir jetzt hier an. Jetzt kann ich glaube, ich bin jetzt aus dem Raum weg und aus dem Weg. Hier rein. So, Eingabe, genau. Ja, in diesem Sinne, ich kaufe jetzt hier diese Garage. Ich bin jetzt aus dem Raum, wir werden hier schlafen. Und wir treten vor allem, lasst einen Daumen an. Dann machst du ein Abo gehad. Und auf dem Blog gibt es noch etwas Neues gefunden. Wir sehen uns hier auf der Stelle wieder. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage, bis dahin. Ciao, ciao.